Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zu Life is Strange Before the Storm in der Episode 1. Erwacht. Ja, die erste Partynacht mit Chloe haben wir hinter uns gebracht. Sie hat leider ein Pfeilchen davon, ähm, ja, bekommen, so gesagt, mitgenommen, außer von der Party. Ein Pfeilchen, weil wir uns da mit den Typen angelegt haben. Mal gucken, wie die Mutter darauf reagiert wird. Also, jetzt können wir leider nicht mehr, ähm, verschleiern, dass sie nachts draußen war, wegen dem blauen Auge. Also, da unter halt. Das wird die Mutter auf jeden Fall sehen. So, sie hat auch ein Tagebuch. Und guck mal, da haben wir den Eintrag auch für Max. Also, wie die Mutter darauf reagieren wird, naja, wahrscheinlich wird sie sagen, Chloe. Oder nein, sie ist eine Mutter. Sie wird wahrscheinlich den vollen Namen aussprechen. Chloe Elizabeth Price. Was habe ich dir gesagt? Keine Partys. Naja, werden wir sehen. So, Max, die Verliererin hat sich die getauft. Oh, Mann. Drei Jahre früher, äh, vorher, wie gesagt, von der anderen Geschichte. Ja, genau, ich habe eine Verliererin, äh, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen, warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firewalk warst. Selbst Frank war da. Er ist mein Dealer. Oder, Mama, falls du das liest, er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Haha, guter Eintrag. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Segemühle gewandert und habe dann den dummen Türsteher so lang blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Und Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Café wie Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Ja, dahin ist Max Caulfield mit ihrer Familie gezogen nach Seattle. Und somit haben sie dann, ja, ihre Freundschaft sozusagen kurz trennen müssen. Ja, okay, was haben wir noch? Außerdem habe ich ein abgefahrenes blaues Auge als Andenken. Also unsere Entscheidungen werden hier gleich mit eingebaut in das Tagebuch. Firewalk und Chloe sind gleich größer als Max. Okay, sie nimmt dir das noch übel, dass sie weg ist. Vielleicht vermisst sie sie auch noch so ein bisschen, die Freundin. Da haben wir noch mehr Einträge über Max. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit drei Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nicht abschicken, oder? Chloe, die Entfremdete. Sie haben also den Kontakt schon so echt verloren, weil Max sich nicht gemeldet hat. Mensch, Mensch, Mensch. Schreib deine Gedanken in mir nieder. Hat sie ihr das Büchlein geschenkt? Max. Das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Ja. Das Tagebuch hat Max, glaube ich, später nie zu Gesicht bekommen. Echt schade. So, was haben wir hier noch? Wieder über Max. Sie schreibt ziemlich viele Nachrichten an Max, aber kriegt leider nie eine Antwort zurück, weil sie diese ganzen Sachen nie abgeschickt hat. Und Max ruft nie an. Hm. Chloe, das Arschloch. Ich lasse die Seiten mal immer noch ein bisschen länger auf. Falls ihr dann noch den Pauseknopf betätigen wollt, dann könnt ihr alles in Ruhe lesen. Ohne, dass ich ja meine nervige Stimme dafür einsetze, um hier qualvoll scheitere, indem ich versuche, das stimmungsvoll vorzutragen, das Ganze. Ist das nicht der Schuldirektor da unten als Bild? Ich glaube, ja, ne? Chloe, das Elektroschaf. Und das war's schon. Das war... Vier Seiten sind im Moment zu lesen. Okay. Was haben wir denn da noch? Ein Foto? Hey Max. Ah. Hey Dad. Another day in Paradise. Right? Zwei Personen, die sie jetzt gerade nicht mehr dabei hat im Leben. Rechts Max. Weggezogen nach Seattle. Und ihr Vater. Leider... Wakey, 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 wakey. What? Last night. Seeing Firewalk lieb. The skeevy assholes. That... Girl. Was that really Rachel Amber? Ja, das war sie. You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Okay. Wollen wir da unten nicht mehr das Ding ausmachen? Wakey, wakey is part of a healthy breakfast. Ja, Frühstück das Wichtigste, ja, ja, ja. I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Also ihren Vater hat sich ja leider verloren. Das wissen wir ja. Das Periodensystem, was jetzt? Einfach nochmal was raufkritzeln. Better living through chemistry. Ist das nicht Math? Warum kannst du nicht positiver sein, MJ-420? Das war wirklich Rachel Amber. Und sie hat mein Leben saved. Ah, ein Klassenfoto. Das war letzte Nacht sogar real. Da auf der linken Seite ist, äh, ist Chloe. Rachel Amber müsste dann da rechts sein, oder? Schwer zu erkennen hier auf diesem Bild, weil die Gesichter irgendwie nicht angemalt wurden. Ach so, warte mal, da kann man noch lesen. Das war wirklich Rachel Amber. Und sie hat mein Leben saved. Warren Graham, Chloe Price. Hayden Jones, Zachary Regions, okay. Da kennt man einige noch aus den anderen Teilen. Alyssa Anderson. Okay. Victoria Chase und Nathan Prescott. Oh Gott, oh Gott. Die will man nicht nochmal treffen. So ein alter Rechner noch mit Röhrenbildschirmen. Ei, ei, ei. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info, I trust in this town. Miss Arcadia. Okay, kleines Chatfenster hier. Wait, what? Who? Welches Foto? What photo? Kann ich das lesen? Betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Und das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Ähm. Kann ich gerade nicht. Wollt ihr, ihr könnt, interessiert mich jetzt mal, ob der Link funktionieren würde. Ich kann ihn hier leider nicht anpacken. Ich kann ihn hier leider nicht anpacken. Ah, das Foto. Die meisten von ihnen sind nicht gute Foto. Da ist das Bild. Rachel, Firewalk, Trevor, Hilarious, okay, Victoria, da schreiben sie schon da unter. Wer hat es noch nicht gesehen? Die Chloe. Und da machen sie sich über die Tür. Aha. Get it, girl. Okay. Interessant. Eine Eule mit Maske. Und das Bild ist auch noch zerbrochen. Wissenschaftswettbewerb. Da war sie noch gut in der Schule. Fantasy-Poster. Yeah. Ein leicht bekleidetes Mädchen auf Einhörnern. Und wer mag das nicht gerne? Ja. The last unicorn. Wer kennt es nicht? Cooles Bild. Abreißen. Okay, ich glaube, das würde auch gerade zu ihrer Stimmung passen hier. 100% der Schüsse. Genie ist. Genie ist Wahnsinn, oder? Was schreibt ihr da wohl? Just ask Steve Jobs. Steve Jobs? Adapt or die. Das letzte Einhorn. Geniuses. 1% Inspiration. Und 99% LSD. Oh mein Gott. Ugh. I still smell like last night. I really need to change. Fun fact. Sharkbabies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Oh Gott. Ja. Was ne? Da in der Schublade war früher auch mal so ein Bild drin. Ah, die CD. Max made me this mix CD years ago. Und because it was Max, not a single song was pirated. Die CD. Piratenpower, wo sie mal im Garten Piraten gespielt haben. Was haben wir auf der anderen Seite? Ja, also Konzertkarten, wo sie überall schon mal war. So, wir müssen uns umziehen. Skateboard? Ne, Schublade. Da. Dich anziehen. Ah, darf ich mir sogar ausruhen? Das ist das neue Shirt, ne? Was wir uns geklaut haben. Das hier finde ich aber auch ziemlich cool mit dem Schmetterling, muss ich sagen. Ich nehme das. Na, passt schon. Umziehen. Wollen wir uns die anderen Sachen nochmal anschauen? Hat mich doch jetzt nicht so umgehauen, das Ding. Was ist denn das hier? Bonusoutfit. Ach, guck mal. Ich habe sogar ein Bonusoutfit. Schmetterling. Bonusoutfit. Bonusoutfit. Firewalk. Und was ist das da? Rabe. Schauen wir uns mal die Bonusoutfits an. Illuminati Deluxe. Punk Duh. Oder? Ja, man kann sie halt... Man muss sie erst mal anziehen, um zu sehen, wie die auch aussehen. Machen wir heute eine Modenschau mit Chloe. Ach, das ist doch das, was ich schon fast nachts anhatte. Da ist einer der Mr. Hotdog. Denn alle Kinder mögen Hotdogs. Da muss ich irgendwie an Demolition Man denken. Kennt den einer? Oh. Jetzt habe ich das gewählt, oder? Vielleicht kann man sich spät ja nochmal umziehen. Dann kann ich vielleicht in jeder Folge ein anderes Outfit tragen. Ich mag die Jacke. Die Jacke gefällt mir. Dieser Hoodie in schwarz. Okay, lassen wir die Mama nicht noch länger warten unten. Das wüsste ich auch gern. Es ist nicht hier. Wie drunken war ich letzte Nacht? Chloe! Ich habe Frühstück gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe es besser versucht, meine Telefon zu kenne. Mit Moms. Ich habe es ja gehört. Frühstück. Ist okay. So. Moms Phone ist wahrscheinlich in unserer Roomie. Ich kann es, um mich zu kenne, dann herausfinden, wo die Hölle ich es verlassen habe. Das ist eine gute Idee. Wie war nicht mal duschen, ey? Bett, Bett, Handy. Na, da ist sie schon mit dem, äh, David Teaser, ne? Mit ihm schon zusammen. Weil der Vater ja nicht mehr da war. Ich glaube, dein Handy ist nicht im Haus. Ah, jetzt ruft sie erst an. Ah, doch. Noch mal Glück gehabt. Das klingt, wie mein Telefon ist definitiv nahe. Das kommt aber hier aus dem Badezimmer. Aha. Am Klipp, ja, na, selbstverständlich. Da musstest du erst mal vieles rauslassen, oder? Hat sie wohl die Kloschüssel umarmt. Ich habe gehört, wie viele Telefonen ich verletzt habe. Eine neue Nachricht von Mami. Von Max natürlich keine. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben, sage ich ja. Wer ist denn Elliot? Alter, das ist das dritte Mal. Nö, was? Warte mal, nochmal von oben. Wow. Spanisch-Test, da aus der Schule. Spanisch-Test war scheiße. Den bestehen nur mit Glück. Okay. Ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, es ist das dritte Mal. Ich weiß, eh schon alles. Über Chemie? Ja. Hast ja auch ein Periodensystem im Zimmer. Das reicht. Es gibt doch auch Nachrichten von Max. Es tut mir so leid. Ich war nachlässig mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hey, es ist Max. Wie geht's dir? Bist du da? Oh je, tut mir leid. Wieder, ich hab viel zu tun. Seattle würde dir gefallen. Mehr dazu später. Cool. Vielleicht war ich demnächst per Anhalter. Hey, yippie. Chloe scheint aber auch so ein bisschen desinteressiert zu sein. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen, um zu telefonieren. Oh Gott, die meldet sich auch echt später. Und dann auch immer nur bei jeder Nachricht. Es tut mir leid. Oh Mann, es tut mir leid. Kein Ding. Ich sehe in meinem Kalender nach. Es ist 19 Uhr in Acadia Bay. Ist es in Seattle 2019? Ich weiß. Vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit. Oder haben sie echt eine Zeit festgelegt? Und Max hat sich auch nicht gemeldet. Ist aber auch echt eine Arschfreundin, ey. Hey, Königin des Grillzirpsens. Was gibt's Neues, Max? Und keine Antwort. Guck dir das an. Guck dir mal an, wie viele Nachrichten hier. Sagt Bescheid jederzeit. 28.09. 14.12. 14.12. Und dann 3.1. Einfach mal über einen Monat. Einfach mal nichts. Da kann man echt verstehen, dass Chloe etwas sauer war, als Max dann später zurückkommt nach Acadia Bay. Mom's olden Engagementring. Ja. Supposed to be mine. If I'm ever stupid enough to get married. Hat sie... Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her Engagementring? Oh. Das Geld... Das Geld ist knapp. Sie hat ihren Heiratsring verkauft. Oh Mann, oh Mann. Und da habe ich wieder eine Dialogfunktion freigeschaltet. Die Kette auch noch wegmachen? Ich habe das für Mom gemacht, als ich etwa 10 Jahre alt war. Wenn sie... Ups. Ich liebe es, dass sie alle unsere alten Bilder von Dad schützt. Sie hat einen neuen Freund. Aber trotzdem deswegen alles wegsperren. Ich weiß ja nicht. Ah, Mom. Das will vielleicht niemand sehen. Ich weiß ja nicht. Ein Ratgeber. Liebe nach Verlust. Liest die Mutter, wie sie nach dem Verlust des Mannes wieder zur Liebe finden kann. Oh Mann. Es ist weiratlich, dass Mom immer diese alten Katalogen schützt. Es ist nicht, dass wir keine Geld haben. Mamas Handtasche holen. So, hier auf der Hand sehe ich halt immer die Sachen, die Aufgaben, die ich machen muss. Ja, ich muss deine Handtasche noch holen. Oh, kannst du mein Telefon auch noch nehmen? Keine mehr Dordling. Ich muss dich mit dir sprechen. Ja, ja. Ich komme ja. Ja, das macht mich wirklich, ich will, zu hurry. Mhm. Besonders, wenn sie dein Auge sieht. Komm, Mom. Das wird jetzt mal eine Reaktion werden hier. Klar, klar, Frühstück, es geht immer. Dining table, here I come. Oh, hier sind noch die Fotos. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take mom to shove them in a drawer somewhere. Ja. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. Pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Hättest du sie mal lieber nicht gesehen, nee. Sowas möchte man von seinen Eltern nicht sehen. Frühstück riecht schon mal gut. Da ist der Esstisch. Was haben wir denn hier noch alles? Abfall. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Ach, David hat noch nicht den Job in der Schule oder ja in der Uni als Sicherheitschef. Interessant. Jobmesse, echte Arbeitgeber. Wollen Sie treffen? Rathaus Arcadia Bay, Hilfe für Ihren Lebenslauf, Karriereberatung. Und die Post. Wahrscheinlich wieder Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Any letter from Blackwell is never good. Von der Schule? Oh Gott. Is mom having trouble with payments again? Ja. My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for principal Wells to get on my case. Deswegen muss sie ja auch ihr Ehering verkaufen. Überfälliger Betrag 500 Dollar, Mensch. Säumniszuschlag. Neuerfälliger Betrag 55. Bitte überweisen Sie den Betrag und Konto. 30 Tage, oh Gott. Die Zukunft braucht Exzellenz. Oh Gott. Von der Schule auch noch. Hier fehlen aber auch noch ein paar Bilder. Das ist auch Max, wieder die Piraten. Weren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Leider. Ja. Käpt'n Chloe Blaubart, Geisel von Arcadia und ihr erster Offizier Longmax Silver. Hä, 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 hä. Family Pick used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. Hm. Traurig. Let's traurig. Trophäe. War ein Höhepunkt in der Mittelschule, also noch die Wissenschafts-Oper, äh, Dinger mitge... Ja. Da kannte es sich wahrscheinlich noch besser aus mit dem, ähm, mit Chemie. From when Max and I spelled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't re-carpeted is so she can stay mad at me. Ja, die Geschichte kenne ich auch noch, wo sie da, ähm, zu Hause alleine waren. Und dass sie den Wein verschüttet haben. Der Fleck ist auch noch drei Jahre später da, wenn man hier dann mit Max rumgeht. Das ist ziemlich schwer. Wir unterstützen einen schon. Danke. Okay. Ja, David ist ja ein Kriegsveteran. Der kam ja aus dem Krieg zurück. Wahrscheinlich hat er deswegen so Schwierigkeiten, jetzt einen neuen Job zu finden. Die Schneekugel ist auch dort. Mit einem Reh drin. Wieder sehr symbolisch für Max. Die Zeitung von heute. Äh, Shipyard Closing, wahrscheinlich auch wieder wegen der Prescott-Familie, weil ja auch die ganze, der ganze Fischmarkt hier, äh, im Arcadia Bay, ähm, ja, den Bach runter geht. Ja, sage ich ja. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die Handtasche hinstellen. Ich komme ja. Ja, ja, echt. So. Ein Schongarer? Fürs Frühstück? Alter. Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Ja, wir entschuldigen uns mal. Sorry. Ich höre dich. Ich werde besser über die Antworten machen. Danke. Ist das, was du über die Antworten wolltest? Was ist es mit dir und David? Sie sind immer auf den Weg. Warum können wir nicht nur eine leise Gespräche vor der Schule haben? Den Verlobungsringen gleich ansprechen, den sie verkaufen möchte? Are you selling your engagement ring? Chloe, Jewelry gets a praised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom, when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Das stimmt schon. Du hast gesagt, ich soll da reingehen und deine Tasche holen und das Handy auch noch einpacken. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe. You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old fashioned. Yeah. An old fashioned dickhole. Tja, sowas von old fashioned. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, what are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing. Fine. Keep at it. Just let me know, so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money is tight enough as it is. Das ist eine schwierige Situation, wenn die den Familienvater verloren haben. Aber ich finde die Mutter auch nicht besonders konsequent hier in der Erziehungssache. Klar ist Chloe auch etwas respektlos, aber die Mutter ist hier in dem Verhalten auch nicht unbedingt besser. Und hat da auch mehr Verantwortung und ist ihn schwierig, oder? Vielleicht kann David helfen. Ich glaube nicht, dass Chloe das fragen würde. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need Discipline. David should mind his own business. Ich denke, es ist großartig, dass David einen Interesse hat. Er ist ein guter Mann. Vielleicht kann er sich helfen. Disziplin wäre hier schon eigentlich ein richtiger Weg, ja. Das ist wieder so verletzend. Das ist beides verletzend, aber das hier besonders. Dad war ein guter Mann. Das ist nicht fair. Ich bin glücklich. Dein Vater hat noch ein Platz in deinem Herz. Aber manchmal brauchen wir mehr Raum in unserem Herz für neue Menschen. Und manchmal, wenn wir incredibly desperate und lonely, wir wählen die absoluten wronge kind of Menschen zu lassen. Wir wählen in unseren Herz. Mom. David hat einige schwierige Zeiten, auch. Wenn er genug ist, dass er seine Erfahrung ist, ich hoffe, dass du zu listen. Like ich hätte ihn get within 15 ft. von mir. Wenn er dich zu Hause ist, heute. Sehr lustig. Verständnis zeigen, die wahren Gefühle ausdrücken. Wahren Gefühle ausdrücken ist eigentlich der richtige Weg in solchen Situationen. Das Problem ist auch, man hat eben gemerkt, dass die Mutter versucht, diese Sachen, die sie oben in ihrem guten Buch Ratgeber für Liebe nach Verlust gelernt hat, eben auch in den Argument mitbringt, dass man das Herz öffnen soll für neue Menschen. Das hat sie in diesem Buch gelesen. Das ist auch nicht wirklich die tolle Art hier. Du willst mich sagen, dass ich mit David okay bin? Dass alles okay ist? Ich bin nicht. Er ist ein chauvinistisches Schuss, frankly. Chloe! Wenn dein Vater dich hören könnte. Nein, du bist richtig. Ich bin sicher, dass der Vater und der Mustache zusammenkommen würden. Das ist ein großes Bett. Es gibt genug Raum für alle drei von euch. Das ist genug. All ich für ein bisschen was für ein bisschen Respekt. Warum ist das zu viel? Ich liebe dich, Chloe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Niemand kann dir verletzten Vater verletzten. Ich habe das best, wie ich konnte. Mom. Ich weiß nicht, wo ich dich verloren habe. Du hast mich nicht verloren. Und dann muss er uns auch noch zur Schule fahren. Im Aschenbecher sind die Schlüssel. Holen wir sie schon mal. Hier sind sie. Tadaa. Lass uns diese zu David holen, damit er weg kann. Kein Punkt in der unverletzlichen Störung, dass er mit David zu Schule mit David fahren kann. Es ist besser gehen. ein bisschen Zeit verbringt im Auto auf den Weg zur Schule. Vielleicht kommt dann eine kleine Annäherung. Aber in der Situation ist es, glaube ich, keine gute Idee. Es ist mein Job, diese Pflanzen zu wagen. Aber es war mein Vater, mich zu erinnern. Kein Problem, wirklich. Ein Teufelskreis. Chloes Aufgabe, die Pflanzen zu gießen und ihr Vater sollte sich daran erinnern. Na gut, wir müssen also rausgehen hier aus dem Haus und David da draußen, der im Auto steht. Die Schlüssel geben, damit wir zur Schule fahren können. Und damit geht es in der nächsten Folge weiter. Also wir haben jetzt hier in der heutigen Episode gesehen, dass die Situation zu Hause angespannt ist. Chloe ist rebellisch und will sich ein bisschen gegen die Regeln ihrer Mutter durchsetzen und die Mutter versucht. Mom said, David is driving me to school. Ja, ja. If this is a nightmare, now would be a great time to wake up. Scream it. Also ich finde die Mutter nicht besonders konsequent in ihren erzieherischen Fähigkeiten, muss ich sagen. Naja, vielleicht hat euch die Episode heute gefallen. Dann schaltet doch in der nächsten Folge ein, wenn es weitergeht hier mit Chloe. Wenn wir zur Schule fahren, mit David. Und dann bin ich mal gespannt, was das für ein Gespräch wird. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.